Warum gehen die denn alle so ab? Keine Ahnung! Sein ist, hier soll es gleich richtig zusammen sein. Keine Ahnung, die Gruppe gegen die andere Gruppe, es sind keine Verfeilschapfen oder so dazwischen, die kennen sich alle, das ist einfach reine Spaß. Was ist denn? Was ist denn? Ich komme in Paprika. Aus dem Versenken ist Musik die tôm an. Du hast da drüben verschwollt. Oh, die Menschen meinen, die Rakete geworfen. Ich? Nein, ich war das nicht. Nein. Etwa anderthalb Stunden lang entladen sich hier die Aggressionen hunderte Jugendlicher, die schweren Verletzungen kauften. Bei sich und bei den zufälligen Gegnern auf der anderen Straßenseite.